Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 24. Episode unseres Let's Play Pokémon Purpur. In der letzten Episode haben wir uns auf den Weg gemacht, um hier zu einem Terror Raid zu kommen, der heute nicht mehr da ist. Unser eigentliches Ziel war jedoch die Brutzelwüste, um dort den Bodenherrscher herauszufordern. Da wir nun hier keinen Drachen Terra Raid mehr haben, hier allerdings ein neuer ist, werden wir einmal diesen als Zielort festlegen. Auf unserem Weg liegt nun Mesclara, wo wir einmal zum Pokémon Center gehen werden. Und dann werden wir hier vorne über Puerto Marinedo wieder in die Brutzelwüste rein, um dort gegen das nächste Herrscher-Pokémon antreten zu können. Zudem haben wir in der letzten Episode eine kleine Trainingssession gehabt, wo wir unsere Pokémon ein wenig trainiert haben. Unser Flanival ist nun auf Level 41, Skellokrog auf Level 46, Zeppel auf Level 43, Floeta auf Level 42, Afiti, das seit der letzten Episode mit im Team ist, auf Level 37 und Patinaraya auf Level 43. So, dann wollen wir uns einmal auf den Weg machen, wir packen unseren Zeppel wieder nach vorne, weil wenn wir uns einmal kurz auf die Mini-Karte gucken, sehen wir Dickdrees und Pyroleos dort. Und dort wird unser Zeppel der beste Gegner für sein, falls wir in einen Kampf verwickelt werden mit einem der Pokémon. Was haben wir denn dort? Wer oder was bist du? Eine Gierspenstmünze haben wir dort gefunden. Und dort haben wir ein paar Schnäppkes. Und wir springen einmal herunter. Oh, dort sind Sneebels. Hier haben wir ein paar Sesokits. Eine Beleber gefunden. Hier vorne wartet dann ein weiterer Trainer auf uns. Dann wollen wir mal gucken, was unser Afiti denn so drauf hat. Jeder meiner Gegner bekommt meine Fäuste der Gerechtigkeit zu spüren. Ah ja! Dann wollen wir mal sehen, was Schwarzgurt Silas so auf dem Kasten hat. Er setzt Razav ein. Okay. Und unser Afiti gegen Razav. Wir haben das Ziel eventuell vergiftet. Wird eventuell schwer vergiftet. Dann versuchen wir mit Giftzahn. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob Giftangriffe auf Kampf überhaupt effektiv sind. Aber ja, das sind sie. Und wir haben Razav schwer vergiftet. Allerdings ist der Kreuzsieb doch sehr... ...hat uns dann doch sehr zugesetzt. Deshalb jetzt erstmal einen Trank benutzen. Einen super Trank benutzen, um unser Afiti wieder ein wenig zu heilen. In der Hoffnung, dass es nicht noch einen weiteren Kreuzhieb von dieser Stärke einsetzt. Gewissheit... Okay, Gewissheit ist in Ordnung. Jetzt... Razav wurde ein weiteres Mal durch Gift verletzt. Und jetzt setzen wir unseren Gifthieb ein. Der trifft und wir Razav damit besiegen können. Damit hat sich unser Afiti als ein wertvolles Teammitglied schon mal herausgestellt. Und Patinaraya versucht Eisenschädel zu erlernen. Was genau ist Eisenschädel? Ziel wird durch stahlharten Kopf des Anwenders getroffen und schreckt eventuell zurück. Also... Kopfnuss. Ähm... Dann nehmen wir Dampfwalze mal raus und nehmen dafür Eisenschädel mit. Weil Schaufler ist immer noch schön. Damit kann man einem gegnerischen Angriff einmal ausweichen. Und Silas wurde besiegt. Ah... Ha... Aua... Autsch... Das tat weh. Ja... Aber wir mussten ja mal schauen, was unser Afiti so auf dem Kasten hat. Tut uns leid, dass du der Leidtragende davon warst. So... Dann finden wir hier ein weiteres TM. Psi-Strahl. Und hier wartet ein... Hoppala... Oh... Eine Toppel über auf uns. Und dann einmal unser Seppel nach vorne. Weil... Dies hier müsste ein Boden... Terra Raid sein. Und dann werden wir einmal... uns in den Kampf stürzen. Und dabei dann herausfinden, ob es sich wirklich um einen Boden... Typ handelt. Und ich die Typen so langsam aber sicher doch wieder auf die Reihe bekomme. Unser Team ist mal wieder sehr interessant. Und... Mangunior. Okay. Und unsere Angriffe sind sehr effektiv. Also einmal... Aqua Durchstoß. Und... Der Terra Raid ist auch schon zu Ende. Das ging dann doch sehr, sehr flott. Und ich glaube, dieser müsste dann einfach, da er ein Stern war, wieder sehr... niedrig gewesen sein. Wir fangen es auch nicht. Lassen es irgendwo hin verschwinden. Und bekommen wieder ein paar... Items. So, dann... Setzen wir einmal unseren Weg fort. Allerdings habe ich hier vorne noch einen weiteren Trainer gesehen. Wenn ich mich nicht verschaut habe. Jawoll. Zeit. Zu trainieren. Wir finden erst noch das Item Flammenwolf. Und dann wollen wir mal gucken... Was sie denn so drauf hat. Ich begebe mich zum Trainieren absichtlich in Gebiete mit... unbarmherzigem Terrain. Drachen Profi... Wilhelmina... fordert dich heraus. Ui... Ein Drachen Pokémon also. Kryospino. Okay. Dann wollen wir mal Aqua Durchstoß versuchen und gucken... wie viel Schaden wir damit machen. Ist nicht sehr effektiv. Hm. Aber... Ich glaube... Wir versuchen einfach noch einen zweiten. Und... sollten dann mit dem dritten... Angriff das auch geschafft haben. Weil... Feuer Odem einen Volltreffer... Durch das er vorher den Energiefokus eingesetzt hat. Seine Volltrefferquote erhöht. Aber durch den Sternenschauer ist... Kryospino dann jetzt auch besiegt. Und wir besiegen den Drachen... die Drachen Profi... Wilhelmina. Du hast mich und mein Pokémon in die Knie gezwungen. Ja... Solltest du hier vielleicht doch noch abgelegenere Terras suchen. Ui... Dort haben wir einen... Ursaring. Ein Terra kristallisiertes. Und hier haben wir noch ein paar Leufeos und... Pyroleos. Landen fast auf einem Sesokitz. Finden dann hier noch einen Hypertrank. Landen neben dem nächsten Dummisel. Schnappen uns das Äther. Und gehen dann einmal hier kurz durch die Stadt zum Pokémon Center. Messclara. Wir haben nur gute Erinnerungen an dich. Wir konnten sowohl Nemila als auch... Ja... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Den Trainer der Normal Arena hier besiegen. Und uns dadurch den nächsten Arena-Orden sichern. Und... Wir sind nun kurz vor dem nächsten... Terra-Raid, den wir uns noch anschauen wollen. Ach übrigens, mir ist da noch was eingefallen. Tipps für bessere Fotos. Drückst du auf den linken Stick. Wenn du ein Pokémon aus seinem Pokéball gelassen hast, bewegt es sich nicht von der Stelle. Das ist nützlich, wenn du in Ruhe Fotos von ihm machen möchtest. Okay, das klingt... Sehr hilfreich... Für... Ich weiß noch nicht was. So, dann wollen wir einmal wieder unseren... Flani mal an die... An die Spitze setzen. Und da wir... Dort vorne schon bei dem... Terra-Raid angekommen sein müssten. Ja, aber... Jetzt wird er auf der Mini-Map auch schon angezeigt. Wir schnappen uns noch schnell das EP Bonbon. Und... Gehen dann hier gegen... Pyroleo... Dem... Drachen Terra-Raid. Einmal entgegen. Und... Da wir unser Flani-Wahl... In weiser Voraussicht schon mal nach vorne gestellt haben... Sollten wir leichtes Spiel mit diesem... Drachen-Typ haben. Da... Eigentlich... Äh... Eis... Angriffe... Sehr effektiv gegen Drachen sein müssten. Genau. Pulverschnee, Lawine... Alles sehr effektiv. Dann... Wollen wir mal... Mit Lawine starten. Leufeo setzt Silberblick ein. Verteidigung von uns sinkt. Aber... Lawine war sehr effektiv. Und wir haben auch diesen Terra-Raid besiegt. Ich weiß nicht, ob ich mir gerade... Wir fangen... Das läuft hier auch einfach mal. Ob ich gerade... Unbeabsichtigt immer nur die einen Stern... Terra-Rails ansteuere. Oder... Ob wir aktuell noch keine höheren... Mh... Antreffen können. Weil diese sind alle sehr... Einfach... Ich finde aktuell. Aber... Mal schauen. Vielleicht wird sich das auch... Demnächst noch ändern. Wir könnten auf jeden Fall dieses... Leufeo vom Typ... Vom Terra-Typ... Drache fangen. Jetzt müsste man dem nur noch einen... Drachenangriff beibringen. Der dann... Dementsprechend... Durch den Terra-Typ verstärkt wird. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Allerdings... Wird dieses... Auch erstmal nicht in unserem Team mit dabei sein. Leufeo! Jetzt wurde ein Poké-Eintrag... Nein! Und wir schauen jetzt... Im Bericht auch erstmal... Noch nicht an. Und haben nun... Ein Leufeo... Vom Terra-Typ... Drache! Gefangen! In Deutschland... In Deutschland gerade irgendwas vom Pokédex... Wartet eine Belohnung auf uns. Dann wollen wir doch mal gucken... Was dort steht... Ja... Aber... Was für eine Belohnung sollte denn hier auf uns warten? Vielleicht bei dem... Vielleicht bei dem... Leufeo... Welches wir gerade... Ah ne... Hier unten, wenn ich den X-Knopf drücke... Ah! Der Pokédex enthält jetzt 10 Einträge... Dafür bekommen wir... Drei Säckchen Sternenstaub... Und jetzt bei 20... Bekommen wir... 10 Superbälle... Und da wir schon über 30 haben... Bekommen wir einen Donnerstein... Und... Wir bekommen 10 Hyperbälle... Okay... Wir sind kurz vor dem nächsten Eintrag... Wenn wir ein weiteres... Pokémon gefangen haben... Bekommen wir den nächsten... Äh... Die nächste Belohnung... Allerdings jetzt erst einmal wieder... Unser neues Ziel festlegen... Was eigentlich kein neues Ziel ist... Sondern... Ja... Das Ziel, wo wir jetzt schon ein wenig drauf hinarbeiten... Und wir müssen ja... Auch... Gleich schon da sein... Sofern wir jetzt den Eingang hier irgendwann mal finden... Beziehungsweise müssen wir erst hier rüber auf die andere Seite... Ich glaube... Damals haben wir hier vorne einfach einen... Sprung gewagt... Und wir werden es einfach nochmal versuchen... Hier rüber springen... Und... Wir landen wieder... Kurz vor dieser... Höhle... Wo wir jetzt auch wieder mal unseren Seppel mit nach vorne setzen werden... Hier haben wir beim letzten Mal... Unser Knacksel... Was damals für die ein oder andere Episode mit im Team war gefangen... Und... Wir sehen ja auch noch ein paar weitere Pokémon... Die wir bisher noch nicht gefangen haben... Das werden wir vielleicht in... Einer der zukünftigen Episoden dann mal nachholen... Lasst mich gerne mal... In den Kommentaren wissen... Ob ihr Interesse daran hättet... Dass wir eine... Episode lang... Alle möglichen Pokémon aus einem bestimmten Gebiet... Welches ihr dann bestimmt... Fangen sollen... Oder ob ihr da keine Lust drauf habt... Ähm... Ich persönlich habe es früher immer sehr genossen... Den Pokédex zu vervollständigen... Oh... Ein Picknick... Ähm... Aber... Wie gesagt... Da könnt ihr gerne... Mal... Mich wissen lassen... Ob ihr da Lust dran hättet... Interesse daran hättet... An so einer Episode... Die würde dann... Vom Inhalt her nicht viel... Bieten... Außer dass wir... Sehr viel versuchen... Oder versuchen sehr viele Pokémon in einem bestimmten Gebiet... Zum Beispiel hier in der Brutzelwüste... Zu fangen... Oh... Dort läuft zum Beispiel ein... Sehr Interessantes... Und da hinten rollt schon etwas... So... Da wir schon durch die Brutzelwüste gefahren sind... Ähm... Haben wir den Anruf von Pepper schon bekommen... Brrrrng... Brrrrng... Yo Ryan... Angeblich befindet sich der Herrscher der bebenden Erde... Irgendwo in dieser Wüste... Der Boden bebt... Jedenfalls schon seit einer ganzen Weile... Mir wird langsam echt schlecht davon... Sorry... Aber ich muss eine kleine Pause einlegen... Bevor ich mich wieder der Herrschersuche widmen kann... Okay... Also... Und mich interessiert jetzt tatsächlich... Was das für ein Pokémon ist... Allerdings... Da gleich unser... Seppel ja... Anfangen soll... Gegen das... Riesige Viech was da vorne rumrollt... Setzen wir einfach mal unser... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui... Level... 56... Vashagvil... Oh man... Oh man, oh man, oh man... Wir versuchen einfach mal mit Rambos irgendwas zu schaffen... Zermalmklaue ist nicht sehr effektiv, das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns. Und wir versuchen es platt zu rammen. Das hat auch ganz gut geklappt, wenn es uns jetzt nicht mit dem Schlitzer besiegen wird, was es nicht tut, können wir dieses Level 56, was Jacques Ville auch besiegen. Wow, das hat dann nochmal sehr viele Erfahrungen für uns dazu gebracht. Und jetzt werden wir einmal wieder unseren Zeppel nach vorne, unser Patinareia einmal heilen. Und dort drüben sieht es mir so aus, als wenn das das Herrscher-Pokémon ist. Dieses riesige... Ja, es sieht ähnlich aus wie Donfang. Guck, guck. Hallo. Oh, ich glaube, wir haben es wütend gemacht. Und die ganze Wüste biebt. Oh, der Einruf kommt ja zu einer sehr, sehr ungünstigen Zeit. Hallo, Rhyme. Hier spricht Professor Futurus. Eisenrath ist ein Pokémon, das aus dem Schlund von Paldea stammt. Ich rate dir, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Okay, das hatten wir sowieso vor. Eisenrath, Herrscher der biebenden Erde. Versuchen wir mal Aquadurchstoß. Bei dem Bodenherrscher sollte das ja sehr effektiv sein. Und tatsächlich ist es das auch. Die Initiative von Eisenrath steigt allerdings durch den Turbodreher. Und das darf direkt noch einmal angreifen. Aber jetzt sind wir mit unserem Aquadurchstoß dran. Und besiegen es tatsächlich fast. Und es fährt wieder vor uns weg. Es haut wieder ab. Das trifft sich sehr, sehr gut. Da wir jetzt erstmal unseren Seppel wieder einmal heilen können. Und dann hinter dem Herrscher wieder hinterher. Oh, noch mehr Donfans. Und... Opa, nein, nicht da rein. Hier wollen wir hin. Und... Jetzt wird es wieder seine Geheimzutat fressen. Und wenn wir ein zweites Mal gegen das Eisenrath kämpfen, das Herrscher-Pokémon frisst etwas. Aber... Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ich wollte gerade fragen, wo Pepper denn ist. Ryan! Sieht aus, als hättest du das Herrscher-Pokémon gefunden. Ja, das stimmt allerdings. Das ist der Herrscher der biebenden Erde? Ist das überhaupt ein Pokémon? Äh, ich glaube, der hat was gefressen und ist jetzt fitter als sonst. Na gut. Wir dürfen uns nicht unterbuttern lassen. Alles klar, Ryan? Selbstverständlich ist alles klar. Dann... Wollen wir mal schauen... Was dieses Eisenrath, nachdem es das Geheimgewürz gefressen hat, so drauf hat. Und wie wir sehen... Setzt Pepper ein Hallupegno ein. Was auch sein einziges Pokémon ist. Hier kommt mein Hallupegno! Das ist in der Nähe Gefangenhabe. Bereit für einen feurigen Abgang. Ui! Das ist nicht so... Gut. Das ist gar nicht gut. Und sein Hallupegno sinkt einfach nur den Initiativ-Roll von ihm. Durch den Sandsturm nehmen wir... Wir schaden er nicht. Okay. Ähm... Ich würde sagen, wir riskieren einfach einen weiteren Aqua-Durchstoß. Oh ja, der ist deutlich besser als die Wasserdüse gerade. Er setzt Feuerzahn ein. Ist auch sehr effektiv. Ist zurückgeschreckt. Das war doch mal eine sehr schöne Kombination. Und jetzt können wir einmal unser Seppel heilen. Ähm... Was haben wir denn? 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 Limonade füllt 70. Ne, das ist zu wenig. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich ein Hyper-Trank benutzen. Dann heilen wir unser Seppel, was auch schon sehr mitgenommen aussieht. Hier sieht unser Seppel so schmutzig aus von ihm. Ein weiteres Feuerzahn und ein weiterer Fruststampfer. Diesmal gegen Hallupegno und Hallupegno wurde besiegt. Okay, der Sandsturm fügt uns wieder Schaden zu. Allerdings können wir jetzt durch einen weiteren Aquadurchstoß hoffentlich das Eisenrad besiegen. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Eisenrad wurde besiegt. Und wie die anderen auch, es verschwindet. Und diesmal tanzt unser Seppel. Du hast das Herrscher-Pokémon Eisenrad besiegt. Unser Seppel erreicht 44 und Skillokrog 47 und versucht ihr Licht zu erlernen. Da ist jetzt ja auch nun ein Typ Geist. Oh, ist das so ein Feuerangriff. Anwender feuert unheimliche Flammen ab, die beim Ziel Verbrennung verursachen. Wir können allerdings durch Flammenwurf schon verwirren und haben hier auch einen sehr guten Angriff, dementsprechend kommt es erstmal nicht dazu. Versucht Bürde zu erlernen. Was genau macht denn Bürde? Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu. Ich glaube, dann behalten wir aber erstmal unseren Spukball und belassen es dabei. So, Pepper. Dann mal auf, auf in die Höhle das Geheimgewürz suchen. Das war fantastisch, Ryan. Das war das wirklich ein Herrscher-Pokémon? Oder überhaupt ein Pokémon? Hm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es schon mal irgendwo gesehen zu haben. Wo könnte Pepper es schon mal gesehen haben? Wir finden darin bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das dieses Ding gefressen hat. Lass uns gleich danach suchen, bevor es zurückkommt. Okay. Dann werden wir mal das Geheimgewürz suchen, welcher wahrscheinlich einfach direkt wieder beim Eingang sein wird. Na? Wo ist es denn? Komm schon. Zeig dich. Und dort ist das nächste Geheimgewürz auch. Sie sind ja nie wirklich versteckt. Einfach nur in der Höhle. Ah. Gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Ihr habt ein Stängel saures Geheimgewürz gefunden. Diese Form, diese Farbe, das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen. Es soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen für Erholung sorgen. Okay. Dann geht's sofort ans Essen machen. Ah ja. Das hier so. Und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Hier hast du ein supergesundes Sandwich, damit du mir auch bei Kräften bleibst. Lass es dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscherorten. Er ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Ja, die Herrscherorten von Pepper werden immer und immer besser. Und, und, und. Da ist unser Miraydon. Yes! Möchtest du Miraydon dein Sandwich geben? Na gut. Yeah! Komm raus, Mastiffioso. Es gibt Essen. Es ist immer noch sehr schwach. Aber wird ja mit jedem Sandwich immer wieder fitter und fitter. hoffen wir mal, dass es hier wieder auch das gleiche passiert. Oha. Du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Ja, unser Miraydon verschlingt einfach alles. Ah ja! Am Miraydon hat die Reittechnik Gleiten erlernt. So langsam scheint es seine alten Kräfte wiederzuerlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen, was? Ah ja! Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab? Wie meinst du das? Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt das nochmal gleich? Trauma. Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen, genau wie Mastiffioso. Wie sieht es aus, Mastiffioso? Wirkt das Gewürz schon? Was? Oh! Tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir gleich besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofort Wirkung. Oh so. Ach, alles okay. Mach dir keine Sorgen. Ryan und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Ja, ganz bestimmt ist das so. Ryan, das nächste Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Also, geben wir im Endspurt nochmal alles. Los, los, los! Ah ja. Was? Hm. Schade, dass das Gewürz diesmal beim Mastiffioso nicht sofort eine Besserung seines Zustands gezeigt hat. Aber wir bekommen direkt den nächsten Anruf von Professor Futuros. Brrringring. Hallo Ryan, hier spricht Futuros. Mirai Don scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt durch die Luft gleiten, wenn du inmitten eines Sprunges den B-Knopf drückst, während du auf ihn reitest. Drückst du den B-Knopf, während du mit Mirai Don in der Luft bist, kann es nun gleiten. Drückst du während des Gleitens erneut den B-Knopf, hört es auf zu gleiten und stürzt an der aktuellen Position herab. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Mirai Don kümmerst. Das haben wir bisher getan und das werden wir auch weiterhin tun. Und damit hat auch diese Episode leider schon ein Ende gefunden. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Wenn unsere Reise weitergeht, lasst gerne einen Kommentar dazu da, ob ihr auch mal eine Episode haben möchtet, wo wir uns dem Fangen von Pokémon mehr widmen. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao!